Herzlich Willkommen auf der NOVA Messe 2022. Herzlich Willkommen bei KEB. Unser Motto ist dieses Jahr Make your automation work. Darunter verstehen wir von der Visualisierung bis zur Welle. Alle Antriebskomponenten und Automatisierungskomponenten. Schwerpunktthemen sind natürlich gewahrlose Sicherheit, Servomotoren und auch andere Neuerungen. Kommen Sie doch mit auf unseren Stand, dann unterhalten wir uns mit unserem Leiter Vertrieb und Marketing, Herrn Norbert Schwabauer. Herr Schwabauer, warum sollten sich Maschinen- und Anlagenbauer immer zunehmend mehr mit dem Thema Safety beschäftigen? Ja, dahinter steckt letztendlich das Bewusstsein und Anforderungen für den Schutz von Mensch und Maschine neben der Funktionalität große Bedeutung haben. Das Thema Sicherheit hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Es ist geprägt durch die Integration von Sicherheitsfunktionalitäten, gerade in der Antriebsebene und um Bewegungsachsen von Maschinen und Anlagen eben sicher zu gestalten. Mit der jetzt verfügbaren Neuentwicklung der geberlosen Sicherheit unterstützen wir eine weitere Stufe der Umsetzung von Sicherheitsintegration und wir damit Maschinen- und Anlagenbauern eine neue Möglichkeit bieten, einen Teil der Sicherheitsfunktionalität wirtschaftlicher, effizienter abzubilden. Was tut sich im Bereich Motoren bei KIW? Wir sprechen von Servomotoren und Servobetriebemotoren. Hier gibt es aktuell Weiterentwicklungen in der Packungsdichte letztendlich, das heißt in vorhandenen Physiken Drehmoment, Leistung zu erhöhen und das entsprechend im Betriebebaukasten dann auch umzusetzen. Oberhalb der TA-Motoren, wie wir sie bezeichnen, ist angesiedelt eine neue Baureihe, die sich DL4 nennt, deren Fertigung erfolgt in Norditalien bei der Firma Brusatori. Die Firma Brusatori ist Teil der KIW-Firmengruppe und hat im Portfolio die Aufgabe, obere Motorleistungen abzubilden. Synchron- und Asynchronmotoren, die in aktuell sehr kundenorientierter Gestaltung verfügbar sind. Und da liegt auch die Besonderheit drin, dass wir in der Lage sind, in diesem Programm immer wieder auf Kundenforderungen einzugehen. Neben dieser Baureihe gibt es neue Entwicklungen von Torque-Maschinen und auch erste wassergekühlte Lösungen stehen zur Verfügung. Der Messestand von KEB steht ja dieses Jahr auf der Hannover Messe unter dem Thema Make Your Automation Work. Was versteht man darunter? Was ist die Systemlösung von und mit KEB? Die Systemlösung, die wir in unserem Portfolio abbilden, ist kurz dargestellt, von der Viso bis zur Welle, Motorwelle, Maschinenwelle. Als neu sind wir derzeit dabei, eine Weiterentwicklung in der Visualisierung fertigzustellen und im November auf der SPS in Nürnberg vorzustellen. Arbeitszettel, Stichwort KW Helio. Kurz gesagt, wir bringen Eigenschaften der Webtechnologie, Web-Oberflächengestaltung in die industrielle Visualisierung und wollen dort eben Parametrieren statt Programmieren. Das war die Hannover Messe 2022. Schön, dass Sie bei uns waren. Falls Sie es nicht auf unseren Stand geschafft haben, dann schauen Sie doch mal bei unseren Social Media Kanälen, der Homepage oder in unserem digitalen Showroom vorbei. Wir freuen uns auf Sie.